Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Vampire The Masker of Bloodlines und ja, ähm, wir wurden gerade überfallen und jetzt gucken wir, was dahinter steckt. Alter Schwede. Uah, was? Alter. Uah. Hä? Kommt hierher. Okay. Sorry, girl. Äh, okay. Das ist ja ein sehr interessantes Filmset. Kommen die von da oben? Ja. Die kommen von da oben. Scheiße. Da ist noch einer. Okay. Revolver-Action hier. Puh. Die machen auch noch schweren Schaden. Das ist nicht so geil. Betragen. Ja, tragen wir. Oh. Ja, sorry. Wow. Alter. Lass den. Boah. Lass den Scheiß, ihr Mistfiecher. Okay. Komm ich da rein? Nein. Selbst mit Buff komme ich da nicht rein. Oder? Ne. Und wo? Oh. Boah. Mann, gut die Waffe, dann knallt gut rein. Mal gucken. Waffe, dann schreit uns. Wer bist du? Du arbeitest mit DMP? Ja, ja, ich meine, nein. Ja, ich bin mit DMP, du 5-0. Was ist denn los? Das sind die gleiche Waffe. Ja, ja, ich weiß. Aber wir haben das nicht gemacht. Einige Leute verbringst es. Wir haben es in den Häusern. Wir haben es in den Häusern. Wir haben es in den Häusern. Du h Tabiichten, das sta layoutsert. Wir haben es mehr als alles, was wir immer gemacht haben. Du hattest traffic. W餘t spun wir aus. Was passar das oben 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 unten da ging, Pachisi? Was war das ist, dass das andere die Angele servants C. Wasota wird nicht verruckszsch Mistvieh Der Schatten ist interessant Ich schwebe Was? Achso Jetzt ist doch bestimmt Irgendwo irgendwas Okay Ah Kompli Tape Alles klar Dann wollen wir mal Boah Ähm, wird die Pakete gelaufen? Nö, oder? Nö Waa 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 los raus hier so wird wahrscheinlich zu ich denke ja ja das war ja und die Sachen auf dem Tape sind wirklich vielleicht hat er am Anfang irgendwas gemerkt Oof, the house in the Tape, I know it it's in the hills, King's Way if I'm not mistaken my guess is that the fiend that made this tape is using these creatures to hound the Nosferatu which would explain their sudden absence they're trapped well it's unfortunate that the Prince needs you to see the Nosferatu because it looks like this fiend knows how to get at them and I doubt he's going to draw a map for you looks like King's Way is your only way in unfortunately yeah I suppose you'll be staying here I can have a car drop you off when you're ready if I don't hear from a Nosferatu within the next few nights I'll tell LaCroix he's going to need a new leading lady and march a few of my own troops up there thanks but I'll take care if I may give you one final word of warning do not trust LaCroix do not play the damned politics of the Camarilla this city hasn't needed them in a long time and won't ever who then should trust that's for you to decide I only know who you can't trust that have you already done okay interesting before we but to kings things there fahren guck ich noch mal in meinem apartment rum vielleicht haben wir noch irgendeine e-mail vielleicht mir das geld von dem doch ja auch woanders sind wahrscheinlich nicht aber hab ihn ja ja schon mal einer der king's way mehr dauer einmal rum schauen was wir da haben Da ging es zum Apartment, ja. Mal gucken, was Heather diesmal für einen Bock missgebaut hat. Wir haben 29 XP, man könnte langsam mal ans Kämpfen denken. Ich glaube, wir kommen langsam nicht mehr drum herum, das hat man ja eben gesehen. Dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, auf Perception zu gehen. Ja. Damit haben wir, ja gut, Investigation. Nein, wir könnten noch einen Punkt in Firearms legen, das spare ich mir aber noch. Auf jeden Fall ist Perception, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Mal gucken, Auspex, würde am Ende drei da, drei da. Mist. Aber erst am Ende. Das kostet wahrscheinlich 10 Punkte, 15 Punkte, 20. Ja, es sind viel zu viele. Ich muss sagen, die Disziplinen beim Togredor sind vernachlässigbar. Das spielst du mindestens. Im Pen & Paper war es immer ganz witzig. Hey, Heather. Master. Ähm. Okay. Warte. 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 Dann. Dann so. Gut, danke. So. Hä? 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 Ähm. Ich kann... Ich kann... Das ist ein Bug. Das finde ich jetzt ziemlich uncool. Mano. Ich kann nicht mehr auf meinen PC zugreifen. Hm. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Müssen wir doch nach Santa Monica. Ja. Traumhaft. Fahrstuhl, sie zu. Ist das jetzt einfach nur ein Bug? Oder ist das vom Peter kaputt? Oder... Ich... Ich weiß es manchmal nicht. Manchmal ist das echt komisch. Äh. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da lang. Korrig states an... Ja. Und dann... Ver Clausen... Ja dann delicious. Ja. Ja, ja, da war ich. Bringen wir mich nach Santa Monica, bitte. Schöne Abend. Mal schauen. Ach, Ladebildschirme. Ich hasse euch. Äh, E-Mail. Äh, wir haben nichts. Okay. Gut. Dann bleibt uns nur noch ein Ziel. Kingsway. Mal gucken, was uns da erwartet. Keine Quest, was. Ja, okay. Okay. Man darf gespannt sein. Und das nur, weil ich jemanden finden soll, den ich eigentlich finden will. Ich will ihnen das verraten. Hey. Yo. Kingsway. Dann wollen wir mal schauen, was wir da haben. Meow. Was? Was? Da kommen wir nicht rein. Oh. Das war jetzt so ein Test. Das sah so komisch aus. Ähm. Wollen wir noch was? Ein Pool. Ein Lehrerpool. Das wurde schon länger nicht mehr benutzt, wie es aussieht. Dann kommen wir wahrscheinlich wieder nach vorne. Ja. Okay. Was war das? Äh. Da. Ist das eigentlich ein Baerbock noch? Nee. Nehmen wir die Waffe? Oder nehmen wir die andere Schrotflinte erst mal? Ich glaube, ich nehme die erst mal. Mal gucken. Ich hörst die Geräusche. Oh, oh. Ich hör fliegen. Oh, Gott. Schön. Sieht eine Hand aus. Wow. 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 Wir springen einen aber auch sofort an, dem das Viecher. Oh, lecker hier. Hm. Was ist eigentlich mit den Wänden los? Bluten die Wände? Hör. Hallo. Ich hab doch schon jemanden gehört. Boah. 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 Uncool. Boah. Ich bin auch am Nachladen. Ist viel. Ich hasse das hier jetzt schon. Unklar. Healing ratio. Hmm. Boah. 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 Okay. dann geht es ja eigentlich nur hier lang wie tropft blut von überall ist das widerlich ich springt um die ecke und haut mir eine und cool was flashball wird in das casting flashball ich habe keine ahnung was er macht ich war ja jetzt das ist mir zu komisch hier da ist das ekelhaft was war das da war doch etwas das war irgendein icon aufgekloppt ok gut hier ist die damal rein und sie hochgelaufen welche tür springt auf ich werde das hier nicht überleben tut mir leid ich habe es mir schon fast gedacht okay okay what the hell is going on in here this place is a madhouse oh child of gain the sights in this haven pale in comparison to my ancestral estate comfort is a custom and all of this artifice brings me closer to my home do not fear for my furniture young one you're the one who made the tape aren't you oh yes the tape merely a test certainly not intended to fall into mortal hands fortunately we are in the capital of mortal trickery and illusion so did the tape drive you to find me from whence flows your longing child i don't know really what is going on down here to gouge out the eyes of the camarilla the sewers are clogged with my creations i will kill or drive the nosferatu from their pestilent nests without the sewer rats to guide them the camarilla will be blind to the sabbat's designs oh so you're one of those several assholes and this is your plan it is not for me it's for the will of the sabbat the camarilla is stunted dead and festering in the womb good only as pawns of the fathers even now they answer the call of the ancient and seek to free him from his torpor he slumbers within the uncurrent sarcophagus one of the fathers whose return shall hearken the reckoning guhena is at hand and the camarilla are unwittingly speeding us all toward our doom what yeah maybe maybe not what about these creatures that you made them blessed creatures i have broken through their mortal crust and drawn from them their greatest strength mutability yeah i coax a bone weave flesh and lay sinew tight until it strains to lash out flesh form yep where did you get the raw materials for them yeah mention illegals mongrels half-bloods and caitiff the bane of society kindred and kin they are as of little consequence to authority as they are to me it is a culling of sorts the machines you create are brutal, broken, and ugly perhaps but they are exquisitely functional still there is an uncanny elegance to even this my most mercenary of designs it must have been a lot of work to create these machines revulsion is instinctual and instinct is a powerful level to work toward to evoke it a glorious accomplishment revulsion is a striking color on my palate i see wonderment in your dead eyes you long to wield such power as deftly as i you have no idea who i am or what i'm about you are instantly known to me i smell your vitae and can imagine the taste of your viscera on my talons ah, yes it's in the blood strong and balmy it is not yours to hide, child what, i don't even know what you're talking about anymore i want you to talk about whatever, how come every servant i meet is a stark raving lunatic do not fear your nature, child your body is not a dead husk but a chrysalis of beastly splendor embrace it i can take your body this passing mortal machine and reshape it into an engine of canine fury you think i'd actually want to become your servant? dream on now, camarilla whelp let me see you fight your nature in the face of those who have embraced their beast deny yourself canes gifts and be torn asunder by my minions you asked for this save and... who's that? who's that? who's that? who's that? who's that? who's that guy? 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 Alter, das ist ja knapp ätzend. Alter, das ist ja knapp. 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 Ach, wow, da kommt noch mehr. Ach, come on. Warst nicht. Alter Schwede. Wir haben alle Munitionen von unserer Ithaca. Ja, nee, nee, ich finde ich da kamen anderen. Ei, 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 ei. Mal schauen, was wir jetzt hier haben. Irgendwas? Nichts mehr? Schade. Ja, dann auch in der Kampf. Einmal noch heilen. Ein bisschen. Ja. Gut, dann gucken wir weiter. Wie es weitergeht in der nächsten Folge und ich danke wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.